Dringende Nachricht. Große Unruhe in der deutschen Politik. Dies ist Ihr Reporter, der die neuesten Nachrichten direkt zu Ihnen bringt. Und was wir heute erleben, ist ein echtes Erdbeben auf der deutschen politischen Bühne. Machen Sie sich bereit, denn dies ist eine dieser Neuigkeiten, die Sie zum Nachdenken anregen. Kommen wir gleich zur Sache. Erstens. Vor gerade einmal fünf Minuten sind drei neue Berichte online erschienen. Das wäre an sich schon ein großes Highlight, aber was sie enthüllen, ist noch überraschender. Die Alternative für Deutschland, AfD, stellte neue Rekorde auf, während die Grünen vor Gericht eine herbe Niederlage einstecken mussten. Darüber hinaus hat ein Expertenbericht eine Wahrheit ans Licht gebracht, die viele Menschen beunruhigt. Millionen Deutsche haben es schon immer geahnt, und jetzt wird es bestätigt, es passiert etwas sehr Seltsames. Beginnen wir also mit der großen Frage des Tages. Wie viel haben deutsche Politiker während der EM für ihre Flüge ausgegeben? Sie denken vielleicht, dass dies ein angemessener Betrag ist. Aber lassen Sie sich überraschen. Die Zahl ist beeindruckend. 531.000 Euro. Ja, meine Freunde, eine halbe Million Euro allein für Flüge. Und was ist Ihre Begründung? Repräsentieren Sie Deutschland im Ausland? Aber ist es den ganzen Aufwand wert? Und hier kommt die große Kontroverse. Viele fragen sich, warum müssen Politiker so oft fliegen? Einige argumentieren, dass es für Verhandlungen und Vertretungen im Ausland notwendig sei. Viele Deutsche sind jedoch empört, weil sie es für eine Verschwendung öffentlicher Gelder halten. Denn was wird bei so viel Geld, das für Reisen ausgegeben wird, wirklich zum Wohle des Landes getan? Aber das ist erst der Anfang. Aus China liegen uns Berichte vor, dass die Grünen als radikale Partei gelten. Ja, das ist richtig. Dort werden sie ständig kritisiert und die Situation wird immer komplizierter. Chinesische Kommentatoren haben nicht mit Kritik an den Sprüngen der Grünen in der Umweltpolitik gespart, was zu einem riesigen Skandal führt. Und wenn wir von Skandalen sprechen, können wir nicht umhin, die Pläne zu erwähnen, die Mittel der AfD zu kürzen. Das ist richtig. Sie planen, das Geld der Partei abzutrennen. Während der Europameisterschaft waren deutsche Politiker im Stadion und gaben Geld aus. Und jetzt, da der Druck zunimmt, steht die AfD vor einem harten Kampf. Der Vorschlag, die AfD-Mittel zu kürzen, sorgt für großes Aufsehen. Kommen wir nun zum umstrittenen Vorschlag der Grünen. Sie schlugen vor, qualifizierten ausländischen Arbeitskräften Steuervorteile zu gewähren. Die Idee besteht darin, die Steuern für diese Arbeitnehmer im Vergleich zu deutschen Arbeitnehmern zu senken. Dies führte zu einer großen Spaltung im Land. Viele fragen sich, warum sollten Ausländer weniger Steuern zahlen, während deutsche Staatsbürger weiterhin hohe Steuern zahlen? Dieser Vorschlag der Grünen stieß auf viel Kritik. In einem aktuellen Bericht wurde hervorgehoben, dass dies verfassungswidrig sein könnte, da es die deutschen Bürger ungleich behandelt. Das hat für große Verwirrung gesorgt und viele Menschen beginnen zu rechnen. Wenn ein deutscher Arbeitnehmer den Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde verdient und 160 Stunden im Monat arbeitet, zahlt er immer noch mehr Steuern als ein qualifizierter ausländischer Arbeitnehmer mit Steuervorteilen. Und die Kritik hört hier nicht auf. Viele fragen sich, warum die Grünen sich so sehr auf die Gewinnung ausländischer Fachkräfte konzentrieren, während es in Deutschland so viele Arbeitslose oder Unterbeschäftigte gibt. Die Situation wird von vielen als unfair und ungerecht empfunden. Und was die Sache noch schlimmer macht, der Vorschlag könnte die Bevölkerung sogar noch weiter spalten. Darüber hinaus enthüllte ein aktueller Bericht, dass die Politik der Grünen der deutschen Wirtschaft äußerst schaden könnte. Wenn qualifizierte ausländische Arbeitskräfte Steuervorteile erhalten, könnte dies zu einer Abwanderung lokaler Talente führen, die in anderen Ländern nach besseren Möglichkeiten suchen. Und das, meine Freunde, ist ein großes Problem für Deutschland. Und wir dürfen die Frage der öffentlichen Ausgaben nicht vergessen. Viele Deutsche sind empört darüber, dass ihre Steuern zur Finanzierung extravaganter Reisen von Politikern verwendet werden. Während während der Europameisterschaft viele deutsche Schwierigkeiten hatten, ihre Rechnungen zu bezahlen, flogen Politiker hin und her und gaben Millionen aus. Da stellt sich die Frage, wo liegen die Prioritäten? Apropos Prioritäten, auch die Kanzlerin steht unter Beschuss. Viele kritisieren ihre häufigen Auslandsreisen und argumentieren, dass sie sich auf die Lösung der internen Probleme des Landes konzentrieren sollte. Doch Befürworter sagen, diese Reisen seien unerlässlich, um gute internationale Beziehungen auf Recht zu erhalten und wichtige Abkommen für Deutschland auszuhandeln. Und du, was denkst du? Soll die Kanzlerin länger zu Hause bleiben oder weiterreisen? Und jetzt das Tüpfelchen auf dem I. Ein Gutachten, das die Grünen regelrecht demontierte. In dem Bericht heißt es, dass die vorgeschlagenen Steuervorteile für ausländische Fachkräfte nicht nur ungerecht seien, sondern möglicherweise auch verfassungswidrig seien. Dabei handelt es sich um eine gleichwertige Ungleichbehandlung der deutschen Bevölkerung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern. Dies löst im Land eine große Debatte aus. Und was bedeutet das für die Zukunft? Nun, wenn dieser Vorschlag angenommen wird, können wir mit einer großen Veränderung in der deutschen Wirtschaft rechnen. Viele lokale Arbeitnehmer fühlen sich möglicherweise unterbewertet und unmotiviert. Dies kann zu einem Produktivitätsrückgang und schließlich zu einer Wirtschaftskrise führen. Darüber hinaus könnte sich die soziale Spaltung vertiefen und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zunehmen. Abschließend müssen wir über die jüngsten Entwicklungen in Bayern sprechen. Der Landtag plant, die AfD-Mittel aufgrund einer Extremismusklausel zu kürzen. Ziel dieser Klausel ist es, vermeintlichen Verfassungsfeinden der AfD den Zugang zu den Gehältern der Mitarbeiter im Landtag zu verwehren. Und das sorgt für großes Aufsehen. Viele fragen sich, warum jetzt? Ist das ein politisches Manöver, um die AfD vor den nächsten Wahlen zu schwächen? Und was bedeutet das für die Demokratie in Deutschland? Das sind Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Die Kontroverse um die Grünen und deren Vorschlag, qualifizierte ausländische Arbeitskräfte steuerlich zu begünstigen, heizt das Feuer nur noch weiter an. Die Idee, deutsche Staatsbürger im Vergleich zu Ausländern ungleich zu behandeln, erscheint nicht nur ungerecht, sondern möglicherweise auch verfassungswidrig. Dabei geht es nicht nur um die Rechtmäßigkeit des Vorschlags, sondern auch um die sozialen Auswirkungen, die er haben könnte. Die Kluft zwischen einheimischen und ausländischen Arbeitnehmern könnte sich verschärfen, was zu mehr Unmut und Misstrauen führen würde. Und dann haben wir noch das Problem der AfD, die mit der Möglichkeit einer Kürzung ihrer Mittel vor großen Herausforderungen steht. Die Einführung einer Extremismusklausel durch den Bayerischen Landtag ist ein Schritt, der tiefgreifende Auswirkungen auf die deutsche Demokratie haben könnte. Das ist unser Fazit für heute. Verfolgen Sie weiterhin unsere Newsletter für weitere Updates und Analysen. Ihre Meinung ist wichtig, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken in den Kommentaren mitzuteilen. Bis zum nächsten Mal und denken Sie daran. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Und was bedeutet das alles für Sie, lieber Zuhörer. Nun, es ist eine Erinnerung daran, dass Politik komplex und oft verwirrend ist. Aber es ist wichtig, informiert zu bleiben und sich Gehör zu verschaffen. Verfolgen Sie also unbedingt die neuesten Nachrichten, nehmen Sie an Diskussionen teil und äußern Sie natürlich Ihre Meinung. Das ist erst einmal alles. Bleiben Sie auf unserem Kanal auf dem Laufenden, um weitere Updates zu erhalten und nichts zu verpassen. Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare und bis zum nächsten Mal. Lassen Sie uns gemeinsam diese Wendungen in der deutschen Politik aufdecken.